Wenn das grad bei dem Thema auf all die Leute überhaupt keine Rücksicht mehr genommen wird. Mittlerweile ist es für all die Leute so schwierig geworden, sich mit so Fuckysachen zu versorgen. Die Jungen haben es einfach. Da hat ja jeder Internet. Jeder kennt eine kostenlose Pornoseiten. Da tippst du auch, ich bin über 18 und jetzt möchtest du ein Porno sehen, wo sie grüne Socken und er rote Socken anhat. Da kommt ein Porno mit grüne und rote Socken. Aber die Möglichkeiten hat der nicht. Der bloggt sich seit 30 Jahren mit der gleichen VHS-Kassetten. Die leiert schon. Die Enkelkinder wollen immer den VHS-Rekorder rausschmeißen. Sagen immer, ey Opa, schmeißt du den VHS-Rekorder raus? Das ist überhaupt keine Kassetten mehr. Dann kann er immer nicht sagen, dass er noch eine Kassette hat. Dann sagt er immer, der bleibt da, weil da leg ich meine Brüllen ab und wenn es da nicht liegt, dann fit ist es nicht.